Die Sonne Der Astronaut, der heimlich, Fingernägel kaut, eingeschlossen in ihr kleines, ihr kleines Zimmer, schaut sie sich an ohne Tatwand und gesteht sich ein. Dass sie völlig, völlig überfragt ist und auch nicht weiß, wie es weitergeht. Alle Duschen, Zigarette, sie stößt an jeder Tischkante an. Sie telefoniert und merkt plötzlich, dass sie überhaupt nicht mehr sprechen kann. Jetzt, wo sie ohnehin schon halb verrückt ist, nach einem Typ, der nur ihr gehört. Darunter besteht sie ein, der richtig tickt und keine andere hat. Sie versucht logisch zu denken. Nimm drei Tabletten zu viel, um einzuschlafen und glücklich zu sein. Einfach so wie die Lieder auf dem Radio, auf dem Radio. 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 Bis zum nächsten Mal.